Ja, sehen wir denn recht? Lilly und Boris Becker zeigen sich hier tatsächlich zusammen. Im Mai 2018 gibt das einstige Traumpaar sein Ehe-Aus bekannt. Es folgen zwei Jahre mit virtuellen Schlagabtauschen, meist über Instagram. Doch die Zeiten der gegenseitigen Sticheleien scheinen nun endgültig vorüber. Jetzt postet Lilly dieses Überraschungsvideo mit ihrem Ex-Partner auf der Fotoplattform. Die Aufnahme scheint im Garten der 43-Jährigen entstanden zu sein, das Model lebt zusammen mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus in London. Da sich auch Boris aktuell in Englands Hauptstadt aufhält, lässt sich nur erahnen, dass die Tennis-Legende seiner Verflossenen einen Besuch abgestattet hat. Und wie dieses Video beweist, verläuft das Treffen der Ex-Partner mehr als friedlich ab. Unter dem Hashtag Vater meines Sohnes findet Lilly Becker nach all den Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre versöhnliche Worte für ihren früheren Ehemann. Dream Team trotz Trennung, dass das geht, beweist Boris erst vergangenen Februar. Auf einer Benefiz-Gala erscheint der 52-Jährige zusammen mit Ex-Frau Barbara Becker und dem gemeinsamen Sohn Elias. Ja, in diesen Zeiten scheint eben alles möglich.